Peace, Leute, was ist Kevin? Ich bin Robert. Heute ein neues Bonskrop Horror Game. Genau, the ingredients, irgendwie the true ingredients. Auf jeden Fall die Geheimformel wahrscheinlich von den Krabbenburgern. Ist das Thaddeus? Ist das Thaddeus? Ich glaube Thaddeus, ne? Guck mal, die Nase, Bruder, das ist Thaddeus. Ja, man, wegen der Nase. Ganz creepy angeleuchtet. Ja, man, wegen der Nase. Ja, man, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, Leute. Yes. Aktiviert die Glocke, um keinem Video zu verpassen. Wir starten rein, Leute. Ja, na, let go. Let's go. Hey, let go. Hey, 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 Captain. I can't hear you. Hey, Captain. Oh, wer wurde der Adder? Da ist der ganze FM her. Patrick wabbelt da rum, Alter, was geht da? Erstmal abgekürztes Intro. Okay, es war ein ganz normaler Tag. Du warst hungrig und wolltest Menschenfleisch. Menschenpatty. Alter, ein Menschenpatty. Also hast du dich entschieden, zur Crunchy Cans Restaurant zu gehen. Okay, Crunchy Cans heißt das Restaurant. Let's go. Crunchy Cans. Adios. Adios. Adios ist der Wirkchen-Tintenfisch. Welcome to Crunchy Crab. Was kann ich dir bringen? Ich will einen Kramburger, du Sack. Oh. Alles Menschenpatty. Menschenpatty. Kannibalenladen. Wir können doch wählen. Okay, dann nehmen wir den doch. Kreative Karte. Okay, wir haben Bock drauf. Setz dich hin. Okay. Der kommt, wenn es bereit ist. Ey, jetzt guckst du. Oh, das Ding ist einfach unser Essen. Ey, du sollst unser Essen machen. Jetzt guckst du mich an. Hä? Hä? Oh, shit. Wow. Hä? Bruder, beruhig dich mal. Was ist mit dem? Wer hat Angst vor uns? Ey, krass, ja. Okay, wir warten. Ah, das ist dein Sitz? Vor allem was mit seinen Arten? Oh, shit. Patrick. Patrick. SCP Patrick. Oh. Die verrecken alle. Oh. Ist der gestorben? Shit, wir essen das lieber nicht, oder? Ey. Bruder, er ist gestorben. Du bist gestorben, Bruder. Oder weil er ein Fisch ist. Okay, er ist schlafen gegangen. Ach, der schläft noch. Auf Ketchup drauf. Oh. Ist jetzt fern. Ganz komischer Kauz, ne? Ganz komischer Typ, Bruder. Der Patrick geht raus. Kannst du rausgehen? Oh. Warte, Sir. Dein Burger ist gleich fertig. Ich will's hoffen. Sagt Adios. Ah, du musst nach vorne. Du musst bezahlen wahrscheinlich noch. Ist mein Menschen-Pattie fertig? Menschen-Burger? Fast fertig, aber wir haben keine Patties mehr. Also kann es ein bisschen länger dauern. Wir müssen noch einen Mensch jagen, oder was? Oder hat Patrick da gerade ein Mensch noch gejagt? Kann sein. Alter. Können wir das irgendwie beschleunigen? Du kannst zum Warenhaus und Patties holen. Alter, das müssen wir doch arbeiten, oder was? Wir können selber Patties holen. Sei vorsichtig, es ist dunkel dort. Was auch immer du tust, geh nicht in den Raum am Ende des Flurs. Da gehen wir rein, oder? Da gehen wir rein. Deswegen gehen wir da rein. Okay, wir besorgen unser Pad hier einfach selber, damit es schneller geht. Oh. Achso. Leute, ab in die große Kappe hier. Ab in den... Oh. Oh shit. Warum ist das hier so düster? Statement. Oh mein Gott. Oh shit. Ich hab's im Glück mal mit der Taschenlampe. Wo ist eigentlich Spongebob? Was geht hier ab? Okay, was war das? Warte. Geht da rein. Oh shit. Abgeschlossen. Oh, wir sollen nicht in die Tür am Ende des Flurs gehen. Da, wo Mr. Krabs gerade war. Oh, Schlange. Oh, Päscher ist. Patties, das sind die Menschen-Patties. Oh Leute, sehen die massig aus. Hä? Die haben doch welche. Dieser Sound. Soll ich den da reintun? Ne, Mann. Einfach zu Thaddeus? Einfach mitnehmen, oder? Warte, aber wir müssen noch abchecken. Das ist die Tür, wo wir nicht rein sollen. Die Tür sollen wir nicht rein? Versuch die andere erstmal. Oh. Aber die ist auch krass. Das Blut. Das ist definitiv Ketchup. Ja, natürlich. Wahrscheinlich haben die den Ketchup da gelagert. Wahrscheinlich. Wir sind da ganz optimistisch. Oh mein Gott. Sollen wir reingehen? Ey Leute, den Burger bringen wir da rein? Wir gehen da rein, oder? Sollen wir da rein? Okay. Ey Leute, was soll man tun? Kaum. Warum ist da ein Tonkopf drauf? Ey, was auch immer uns da jetzt gleich jagen wird, oder was da kommt. Wir haben einen Menschen, Hattie, mit dem können wir... ...den... 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 Hätten wir doch auf Taddeos gehört. Okay, wir müssen auf Taddeos hören, Bruder. Mann ey, ich dachte, der nimmt den Paddy. Ja, aber Jamsky auf den Nacken gehabt. Ah, von Mr. Krabs, Alter. Shit. Oh shit. Was... Was mit Mr. Krabs? Ich hab das Gefühl, der Verfolger ist trotzdem. Okay. 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 Easy. So, wir haben jetzt selber für unseren Burger gearbeitet. Hier, fahr mit diesem Burger. Sofort. Oh. Du hast wirklich einen Paddy vom verfluchten Waren aus bekommen. Guter Job. Good Job. Good Job. Jetzt in die Küche und auf den Grill legen. Sollen wir noch selber kochen? Oder wir sollen einfach selber kochen? Guck mal, wie sieht der aus, ey. Pfeift da vor sich hin. Küche ist in der ersten Tür, zu deiner rechten Seite. Bruder. Patrick. Ich dachte, du besorgst das menschliche Fleisch. Ich glaube, der ist der Metzger, oder? Ey. Patrick ist der Metzger. Ich muss mehr ackern. Okay. Wir sind einfach... Übernehmen Sponjobs Job. Wo ist Sponjobs überhaupt? Ja, Mann. Wo ist der? Und wer sind wir? Wir sind ja einfach nur Kunde. Wir machen jetzt einfach. Jeder Kunde macht im Burger Haus hier seine... Ja, Mann. Ach so. Erst den Paddy nehmen. Oh. Schnell, bevor der verbrennt. Sonst müssen wir noch einen holen im verfluchten Keller. Oh. Ganz trocken. Alles. Einfach Patty. Zwei Brücken. Mach mal Ketchup drauf. Hallo. Ketchup. Oh. Weg damit. Rein damit. In die Masse. Necker. Was willst du? Jemand da am Stein. Patrick ist auf jeden Fall am Stoff. Äh. Biest. Wir kommen nicht mehr raus. Statement. Oh. Das macht 80 Dollar, Junge. Tschüss. Ja, für das wäre... Selber gekochen. 80 Dollar für einen menschlichen Patty. Und den muss man aus dem verfluchten Haus mit dem Waren holen. Selber. Kochen, Alter. What? Was? Hä? Jetzt sagt er, das kostet 88 Euro. Kommen er. Er übertreibt. Warum ist das so teuer? Da muss ein Missverständnis geben. Ich habe gesagt... 100 Dollar, Junge. Der dribbelt. Der dribbelt hier richtig. Sack. Okay, okay, okay. Chill. Ich habe keine 100 Dollar gerade. Ich habe nur 35 Dollar. Also hast du kein Geld für den menschlichen Patty? Nein, ich meine, ich habe Geld zu Hause. Ich kann es von da holen. Sofort. Also sagst du mir, du hast kein Geld für das menschliche Patty? Nein, ich habe gerade keine 100 Dollar mit mir. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der Bodyguard kommt. Oh, oh. Das ist deren Geschäft. Oh, shit. Nein, die haben uns gepackt. Alter, die strafen uns jetzt. Die haben uns gepackt, Mann. Ey. Also Leute, die machen hier ein Abzockgeschäft. Nein, Mr. Krabs. Und dafür wird auch gebraucht. Also Krabs rasselt aus. Geiziger Sack. Planton. Planton, Bruder. Planton ist auch hier. Sie ist alt aus. Ey, alles gut? Bist du in einem Käfig? Wie bist du gefangen gekommen? Wolltest du die Formel klauen? Ja. Er wollte die Formel klauen. Deswegen ist er drin? Nein. Das war zu teuer. Deswegen, ich hatte das Geld nicht. Deswegen bin ich hier. Ja, Mr. Krabs ist ein Arschloch. Wie auch immer. Ich hole dich hier raus, Bruder. Versuch's nicht. Mr. Krabs hat den Schlüssel geschluckt. Oh, shit. Aber viel Glück trotzdem. Okay, wir müssen Mr. Krabs töten. Einfach geschluckt. Wir müssen Plankton hier rausholen, oder? Wir schaffen das. Wir müssen ihn töten, den Schlüssel raus. Oh, das ist ein Rätsel. Fisch, Stern, Viererkreis. Viererkreis. Wollen wir mal umgucken hier. Ja, wir müssen auf Symbolen gucken. Oh, shit. Oh. Oh, ein Stern? Was heißt das? Was ist das? Aber steht da eine Zahl? Vielleicht müssen wir zählen. Eins. Eins. Oh, zwei. Oh, zwei. Oh, zwei. Okay, zwei. Hä, sind Buchstaben? Seems like a keypad. Was versteckt da? Drück mal hin. Ich muss den Code finden. Aha. Oh, doch. Okay, mach mal zwei bei Stern. Ah. Zwei bei Stern. Wie machst du das? Ach so, die Buchstaben. Drück Y. Ah, okay. Y2. So, Y2. Gut. Ich muss das gar nicht betätigen. Ah, das ist Z. Ami-Tastatur ist anders. Ah, deswegen. Ja, zwei. So. Ah, hier die Fische. Drei. Ah, ja, Mann. Okay, was war da? T? Doch, T ist normal. Also nur Z und Y sind immer unterschiedlich. Ah, genau, genau. Was haben wir noch? Zeig mal die Symbole. Wir haben vier und einen Kreis. Ah, hier das Fenster. Oh, ein Kreis. Die Vierecke, die Boxen. Ah, nice. Okay. Eins. Eins. Ne. Los. Falsch. Ups. Äh, O. Äh, I. Dann fähig sind die Boxen. Guck mal, wie viele Boxen da stehen. Eins, zwei, drei, vier wahrscheinlich. Ah, was? Du kannst interagieren. Wie viele Boxen sind nützlich? Oder drei. Ne, drei. Ist das auch jetzt eine? Mal drücken. Zwei Balls. Ach, die. Zwei. Uh. Okay, zwei. Äh, Kreis zwei. Ja. Und drei. Pirk. So. Hören wir nochmal hier. I2. Und eins, zwei, drei. Genau, ist dann der. Ah, da ist da noch einer. Okay, vier. Die Frage ist jetzt eins drunter. Ich denke eigentlich schon. Ja, vier oder fünf. Wir gucken. Ich mach jetzt mal vier. Ja. U4. Let's go. Wenn es jetzt nicht geht. Oder doch fünf. Ich glaube fünf safe. Oder? Ja. Und dann drück eh. Drück eh. Achso. Bei dem hier. Drück da eh. Bei dem Code. Ah ne. Okay, mach dann U5. Yes sir, it's off. Yes sir. Easy. Let's go. Okay, Leute. Nice. Oh. Oh, die verbotene Tür. Wir müssen den aber töten, Alter. Wenn wir uns sehen. Oh. So, willst du einen Patty mitnehmen? Nimm einen Patty mit. Schade. Oh, jetzt können wir die nehmen. Stark. Die können wir schlagen. Kannst du die Mülltonne aufmachen? Vielleicht sowas nützliches? Was? Okay, geht nicht. Noch können wir nicht benutzen. Ja. Wahrscheinlich für eine Tür, ne? Ein Ding. Oh. Versuch das Schloss aufzumachen. Ah. Jetzt kannst du aufbrechen. Bruder, wir befreien dich. Oh, stark. Plankton, Bro. Danke, dass du mich gerettet hast. Gerne. Lass uns den Weg hier rausfinden. Nice. Wir haben einen Verbündeten. Komm, Bro. Stabile Augen, Bruder. Stabile Augen, Bruder. Stabile Augen, Bruder. Stabile Augen, Bruder, Alter. Was macht deine Tür sehr beruflich? So, jeder? Oder erst mal gucken. Guck erstmal hinten. Guck erstmal, ob er da ran kommt. Ich glaube, da chillt Mr. Crabson. Da vorne, da war noch eine Tür. Da war noch eine Tür. Da war eine Tür. Oh, okay. Ist abgeschlossen. Abgeschickt. Hast du die schon abgecheckt? Ja. Wir müssen ja die verbotene Tür. Tor zur Hölle. Wir können eigentlich Plankton vorschicken, oder nicht? Ah ja. Geh mal vor. Oh. Ich muss das Werkzeug erst zurück tun. Achso. Wär mir ja befreit. Also können wir es ablegen. Wäscheisen weg tun. Ich tue es wieder zurück. Okay. Okay. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Das ist ein Save. Schon wieder ein Code. Oh. Okay. Oh. Diesmal gar nichts. Das ist ein anderer Code. Ich sollte den Code finden. Okay. Oh. 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 Oh shit. Wir bauen das Gute. Oh. Oh. Aber welche Reihenfolge. welche Reihenfolge. Also welche Reihenfolge. links, rechts. Hätte klappen können. Okay. Okay. Codes. Aber von wo bekommt man den Code? Ja. Wie bekommt man daran immer auch den. Also wenn ihr den Code schreibt, dann schreibt er auch woher. Ja. Nicht einfach nur Code. Genau. Wir wollen ja auch das Spiel verstehen und nicht so stumpf. Oh. Plankton? Kannst du mit dem reden, Alter? Warte mal. Bro. Vielleicht deine Faltenzellen? Können deine Augenbrauen reden. Guck mal auf seinen Rücken oder so. Vielleicht sehr. Oh. Der hat da oben auch so. Stabile Gurke, Bro. Stabile Dildo, Bro. Oh. Der muss ja irgendwo stehen. Das ist jetzt zu unklar. Man könnte ja alles abziehen. Oh. Wie ist denn Raum, Digga? Oh. Geht der auf auf einmal? Geht der auf? Oh. Wir kommen in den 950. Oh. Da steht alle Passwörter. Drück da drauf. Voller Vibe. Free Gift Card. PC. Wollen wir noch zurück? Oh. Kriegen wir frei Gutschein. Oh ja. Oh shit. Copyright. Oh shit. Mach das aus. Mach das aus. Drück da drauf. Oh shit. Oh shit. 5, 5, 5, 5, 5. Okay, okay, okay. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Ich muss Musik abspielen. 5,0. Wir müssen, wir müssen, wir müssen. Copyright. Wir reden drüber. Hast du die Zahl gesehen? Ja. 5,0, 3. 5,0, 8. 5,0, 8. 5,0, 9. 5,0, 8, 9. 5,0, 8, 9. 5,0, 8, 9. Die geheime Formel. Oh mein Gott. Wir können es ein Unternehmen gründen. Wir haben die geheime Nein. Er will die haben jetzt. Er will die haben, Bruder. Jungen, klatsch den mal weg, Alter. 1-1 erstmal hier, oder was? Oh, shit. Rennen, Bruder, renn, 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 renn. Oh mein Gott, renn, 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 renn. Oh, Sponsor, wo ist er? Auf Anabolika, Alter. Sponsor auf Tesno, Alter. Auf Komplette. Wenn ich bin, renn, renn, renn. Du willst nach hinten gucken, soll ich einen? Guck einmal nach hinten, Bruder. Jetzt. Los geht's. Easy. Und jetzt nochmal? Los, da ist der Stoffer, hä? Los, da ist der Biceps. Das ist der Body Bally. Oh shit. Oh, shit. Komm nach vorne. Oh, da, da, da. Richtig. Also, der Ball kommt schwer, doch. Schwerer, aber Anabolika nicht auch. Oh Gott. Oder gehen wir im Kreis, oder was ist das? Nein, nein, nein. Oh, das ist... Nein! Warte, ich glaube, du musst den abhängen. Oh, das ist der Ball. Das ist ein Fosport, das ist Fosport. Aber welchen Köln ist das? Nein! Komm mal. Okay, okay, okay. Wir müssen mal Raum finden mit dem Paul. Oder ist das der gleiche wie wir eben? Es ist weg, es ist weg. Oh shit. Oh nein. Oh nein. War das ein Ende? Wir haben verkackt. Nein. Oh nein, jetzt sind wir in Patty. Alter. Davon kommen die Pattys her. Oh shit. Oh, die kleben ein bisschen. Wollen verarbeitet zu Patty, alter. Patrick. Alter. Pfff. Okay, das war ein Ende. Alter. Wir müssen das andere eigentlich auch noch schaffen. Das war jetzt crazy, man. Oder? Ja, aber wo würde man den herbekommen, ist die Frage. Das ist die Frage. Sollen wir beide Hände machen? Das ist die Frage. Aber müssen wir wieder hinzocken? Das ist das Ding. Warum sagt der Alt-Kuh sonst was? Bruder, die Farschen. Aber woher kriegen wir den Code, ist die Frage. Wir müssen jetzt einfach wieder da rumkommen. Und dann ist ein Code an der Seite. Okay, wir gucken, wir gucken, wir gucken. Geil, eins, ja, ha. Hä? Roman, Happy. Bruder, warum ist der hier eigentlich abgekackt? Ja, Code. Wo der ist, wie ist sie? Wir sind ja auch unnummern unter Druck. Du meinst, wenn der Run losgeht irgendwo? Hier ist der Code. Und von dem ist das Game echt cool gemacht. Vor allem auch der Grafisch. Sieht wirklich aus wie bei Spotify. Ja man! Ich schwöre auch die Sounds. Wilde Sounds. Jetzt adios Bro. Achso. Jetzt wer selber braten hat sich vergessen. Wir haben gesagt, wann isst man zuerst und bezahlt dann? Okay, ist ja ein Restaurant hier. Okay, es gibt echt Unterschiede. Der Hegel hast du auch. Oh shit. Fisch 3 Sterne 1 2 Das war 5 Das war 5 Ja 3 2 Das ist gut aus. Das ist gut aus. Das sind wir Plankton retten halt auch wegen der Formel. Das ist gut aus. Los heisst. Das ist gut aus. Maybe. Das ist gut aus. Das ist gut aus. Schauen wir mal. Einfach Statement. Also 5-0 auf jeden Fall. 8. Ich glaube 9. Nein, let's go. Oh jetzt, warte, wir müssen noch aufpassen. Irgendwo links jetzt? Ok, wo ist der Code? Einfach Lock. L-O-V-E. Wie? Das ist der Code? Wo steht der, wo steht der? Du musst an der Wand gucken, oder? Irgendwo rechts. Rechts? Also Röhrmann. Röhrmann ist ja rechts. Man sieht das ja. Wow, komponiert. Jetzt, wo steht der Code? Das kannst du auch fangen lassen. Ja, nehmen wir Zufallschutz. Ja. Röhrmann überhaupt noch. Ich meine, wo steht der? Also das ist einfach nur so wie du ein Eingang. Ja, aber ich meine, wie kommen wir auch noch mal los? Ich hoffe, ich wusste nicht. Hä? Wo ist man doch? Ich glaube nicht. Ja. Ja. Und treff. Okay, was? Lock? Lock? Da, la ie'mally. Oder?! Ohhhh! OHHH! impressive touchy! Aber warum kann er denn nicht wissen? Ich muss nur wissen! Weißt du, jetzt kann das ja keiner durchziehen. Wie sollen wir denn da anfangen? Auch erstmal bitte erklären, nicht immer so schwammig. Oh shit! Jetzt wirklich spannend, ob das Ende was dann passiert. Oh shit! Oh shit! Oh das richtige Challenge! Oh das richtige Challenge! Oh ein J und Z ist vertauscht. Muss ich warten. Musik Oh ja, gut an der Wand gegenüber und ich habe jetzt zu Zeit eigentlich. Dres, Lanz, Runde, Zwei, 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 Zwei. Los geht's los. Bro, Schreck! Schreck, Bruder! Schreck war Schreck! Hilf uns Bruder, Hilf uns! Pasier mal Spongebob, Bruder! Komm den mal weg! Der muss seinen Drink trinken eigentlich. Es ist ein bisschen kalt. Oh, Shit. Jetzt. Stoffer gegen Stoffer. Jetzt wird es. Schreck gegen Spongebob. Trinkt er sein Getränk? Oh mein Gott. Oder Sponshop ist mit Waffe auf Testo. Auf Testo und... Schreck keine Chance eigentlich, oder? Ach, wir waren dahinter in Schreck. Wir waren dieser Fisch, ganz normaler Fisch. Bruder, das kann Schreck doch unmöglich gewinnen. Der hat nicht mal eine Waffe. Das sind wir. Wie wir aussehen, Alter. Wir haben gar keinen Bock auf unser Leben. Fischgehen, also wir haben... Wir. Nein, habt ihr uns weggeballert? Ah, nee. Schreck, uh. Jetzt genommen wie ein Mann, Alter. Der sagt nicht schlecht, Bruder. Oh, shit. Der holt Bazooka raus. Da haben wir jetzt einer. Oh, clean, Alter. Oh, den weg, Junge. Let's go. Leute, beide Enden. Wildes Ende. Wilderes Ende. Wildes Game, Leute. Hört einen Daumen hoch für weitere solche Games. Mehr Spongebob Horror Games, Alter. Die sind immer crazy, immer nice. Die sind immer crazy, Mann. Wenn ihr welche kennt, schreibt sie in die Comments auf jeden Fall. Lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Checkt unseren Merchant-Job, wenn ihr wollt. Gönnt euch kuscheligen Brownies-Merchant. Yes. Verlegt uns gerne auf Instagram, wenn ihr den tragt. Yes, Sir. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace. 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 Bis zum nächsten Mal.